Mal sehen, kriege ich den hier? Vielleicht ja, vielleicht nein. Guck, guck. So, warte, wo ist er? Er läuft da unten durch. Hallöle. So, wir müssen weiter warten. Sieht mich ja zum Glück keiner auf dem Schornstein, was gar nicht auffällig ist. Nein. Ist nicht so, dass mal Personen sagen würden, guck mal da auf dem Schornstein. Ah, es ist der Weihnachtsmann in der Sassinenkleidung. Er wird uns alle töten. Nein, niemals. Ja, na, was machst du denn? It's you. Ist ja nicht wahr. Warte, da haben wir wieder so ein Opfer. Gut. Muss hier wieder hoch. Wir gucken, dass die mich hier nicht entdecken. Sieht aber noch ganz gut aus. Hier drüben könnte ich theoretisch mal den Typen da oben töten. Ich hoffe nur, ich werde dadurch nicht entdeckt. Sieht aber bisher noch ganz gut aus. Der Typ ist da hinten. Aha. Wer bist denn du? Ach so, ich dachte, das war ein Assassine. So möchte ich denn, dass das sie... Ah, nee, das war so ein Möchtegern-Wache. Ist ja nicht wahr. So, und da ist das Ziel. Ich hab euch voll im Blick. Frage ist, kann ich das Ding da auch kaufen? Ja, ne? Ägidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gib das her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Okay. Warte mal. Kann ich das hier tatsächlich kaufen? Ups. Für... Ach, du Scheiße. Für viel zu viel Geld. Gut. Muss ich jetzt da rein? Über das Dach infiltrieren. Okay. Ach ja, das war das Gebäude, wo ich ja so toll reinkomme. Äh. Äh. Klasse. Jetzt sieht das nur ausgedacht. So, jetzt gucken, wie ich jetzt da irgendwie überhaupt aufs Dach reinkomme. Äh, raufkomme. Nein, nicht hier. Vielleicht vom anderen Dach aus hier. Nur von der Seite. Nein, da sind oben jede Menge, äh, Dinge, wo ich sagen würde, job, da könnt ihr ja locker langklettern. Aber halt erstmal dahin kommen. Alles nicht so einfach manchmal. Wenn man so ein Kack-Assassin ist wie ich. Hm. Mal sehen, komme ich hier ran? Jopp. Das sieht gut aus. Kann ich da hoch gehen? Nein. Äh, wie soll ich denn dann aufs Dach raufkommen? Und Spaß jetzt. Ohne meine Sprunghandschuhe. Das sieht hier dann doch eher problematisch aus. Hm. Hm, 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 hm. Drüben an die Wand kann ich jetzt auch nicht wirklich, denke ich. Zumindest hilft es mir jetzt gerade nicht. Weil ich da nicht hoch springen kann. Ja, irgendwen werde ich verletzen, bestimmt. Alle, äh, äh, passionierten Assassinspieler denken sich jetzt so, kletter da hoch, da und da und da und da und da und dann bist du schon fast da. Nur bei mir, ich sehe das was nicht. Hm. Wir haben hier Fenster. Kann ich mit dem Fenster irgendwas anfangen? Das hilft mir, glaube ich, auch nicht wirklich weiter. Außer ich komme hier rein. Obwohl, nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich da rein. Ja, das... Da würde ich so gerne hoch springen. Ich kann's aber nicht. Wie soll ich denn das übers Dach infiltrieren, wenn ich nicht aufs Dach raufkomme? Hm. Da kommst du auch nicht hoch. Nee. Hier vielleicht? Nein. Hm. Muss doch hier irgendwo eine Stelle geben, wo es hier voll einfach ist, hochzuklettern. Die anderen Gebäude sind zu weit entfernt und auch zu niedrig, um da jetzt wirklich zu sagen, ja, da geht's hoch. Und hier, über so eine Wand hier, komme ich auch nicht wirklich weiter, ohne die Sprunghandschuhe. Der muss spät dran sein. Hm. Ups. Hm. Wieso muss ich das denn unbedingt übers Dach machen? Kann ich das nicht einfach über... Oh. Ist doch nicht wahr. Oh, da über diese Wand. Nein. Nein. Nein, nein. Das klappt so nicht. Hey, da oben würde ich locker sagen, ja, da könnte er sich irgendwie dranhangeln. Aber er kommt da nicht hoch. Verdammte Axt. Da oben wäre halt auch ein Ausguck für, für, zum Beobachten und sowas. Deswegen hänge ich hier fest, weil ich zu doof bin, irgendwo zu klettern. Komm, geht da hoch. Und dann gucken wir uns mal das Ganze von hier aus an. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was ich jetzt noch nicht sehe. Also bei einer Fahne. Ich habe voll die Fahne. Ey, das Gebäude ist einfach so glatt. Von außen. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Habe ich denn die Möglichkeit, hier jetzt zu Leonardo zu gehen? Irgendwie. Also irgendwie werden mir die Zeichen, glaube ich, nicht angezeigt gerade. Ich habe, glaube ich, sowieso nicht so viel Geld, dass ich da jetzt sagen würde, ja, kann man locker kaufen. Alles nicht so einfach. Ne? Jetzt hätte ich mir nämlich jetzt die Sprunghandschuhe da gekauft. Da oben muss ich hin. Aber immer da oben hinkommen. Gibt es da irgendwas, was ich jetzt noch nicht begutachtet habe? Es muss ja irgendwas geben. Weil so geht es ja anscheinend nicht. Hm. Ne, klappt das nicht. Wenn ich jetzt hier entdeckt werde, ja, verbündeter Tod. Natürlich. Also auf jeden Fall nicht. Der hilft wahrscheinlich auch im Pfeilhagel nicht viel. Hm. Da oben könnte ich bestimmt auch irgendwie rüber. Nur erst mal da hochkommen. Diese scheiß Säulen hier sind ja auch so scheiße glatt. Oh, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Wieso sehe ich das denn jetzt nicht, wo ich da hochkomme? Ich weiß ja auch nicht. Bis hierhin kein Problem. Aber von da aus dann... Ich kann ja nicht da hochspringen, weil ich meine Sprunghandschuhe dafür nicht habe. Ah. Oder? Warte. Warte, 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 warte. Hier komme ich nicht rüber übersprungen. Jetzt gedacht, dass ich halt an dem Vorsprung da rangehe. Aber das ist zu weit entfernt vom Dach aus. Und von dem Vorsprung aus, da... ...komme ich da jetzt nicht an das Dings ran. Alles nicht so einfach. Ne, da kann ich auch nicht draufstehen. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ob es dann doch irgendwie hier hinten irgendwie hoch geht? Das sieht vom Prinzip her nicht so verkehrt aus. Das sieht sehr gut aus. So, von der Theorie her und so. Dass ich das vorher nicht gesehen habe. Ja, 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 natürlich auch. So, komm, geh hier mal hoch. Hinten ist alles so brüchig und sowas. Und nicht mehr so schön flach und gerade. Und hier könnte man das machen. Gut. Lange rumprobiert, um hier jetzt hinzukommen. Ey, es ist nicht wahr. Wache töten, ohne bemerkt zu werden. Na, klasse. Und ich habe meine Messer nicht. Ähm. Aber wir haben doch... Aber nicht von hier aus. Soll ich da denn heile runterkommen? Den Senatverkalt machen. Äh. Ne, das klappt so nicht. Schuss abbrechen. Äh. Gibt es hier irgendwas, was ich jetzt so nicht sehe? Wenn ich jetzt hier einfach runterfalle, dann bin ich sowas von tot. Nee, so nicht. Ne? Siehste? Tot. In einer ganz schönen Sterbe-Animation. Das war irgendwie vorhersehbar. Aber ich wollte es dennoch ausprobieren. Nicht, dass aus irgendeinem Grund da irgendwas passiert. Und keine Ahnung. Er sich irgendwie an Kronleuchter reinschwingt oder sonstiges. Hm. Ich kann ihn ja auch nicht anvisieren, um ihn dann mit einem Messer oder sowas abzuwerfen. Was habe ich denn noch? Ne, das kriegt er so nicht mit. Hm. Ne, das hilft mir ja auch nicht weiter. Und jetzt den Senatverkalt machen. Wie soll ich ihn denn bitte schon einfach so töten? Krieg ich ihn von hier aus nicht anvisiert? Dann würde ich ja sagen, ja komm, kein Problem. Schießen wir einfach ab. Aber so nicht. Hm. Gibt es da eine andere Möglichkeit, irgendwie reinzukommen? Sieht nicht danach aus. Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht das hier? Hat auch nicht funktioniert. Hat genau nichts gebracht. Hm. Gut, dann kleidern wir mal hier irgendwie entlang. Vielleicht gibt es da... Ah! Ah! So geht es natürlich auch. Ich habe mich schon gewundert, wozu sind denn hier die Penöpels an den Wänden? Aber jetzt ergibt das natürlich Sinn. So, wir warten, warten. Müssen hier erstmal runterklettern und warten. Okay. Können wir ihn anvisieren? Nein, immer noch nicht. Nein, es ist dochYN. Nein, Moment. Vielen Dank.